Wir machen weiter mit Judo und kommen da schon fast zum Ende. Aus der Sportart Judo, also von der Judo-Schule Bremenhaven, einmal bitte nach vorne, Ischam Jemalinov, Vakšev Mansur und Salavat Akiev, sowie von Bremen 1860 Rasul Ahmadov, als auch vom SC Pantera Kevin Moodle und Oleg Husev. Die Judo-Schule Bremenhaven und Salavat wurden in ihren Klassen jeweils norddeutscher U15-Einzemeister, ihr Trainer George Lorenzo Marini. Rasul gewann, gelangt der gleiche Erfolg, der erste Platz bei der norddeutschen Meisterschaft unter Anleitung seines Trainers Norali Nomar Vator. Ein weiterer norddeutscher Meistertitel geht an Treppe der ebenfalls im U15-Einzemeister und dabei von Waldemar Isakovic trainiert wurde, ebenfalls wie Oleg, der als U21-Vizemeister Deutschlands im Einzelwettkampf abschloss. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank, Herr Rohm. Sie dürfen sich auch wieder setzen. Germany! Amerika! 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 косичek! Amerika! 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 Amerika!